Hat das Herumschwappen von Treibstoff Starship Booster 9 vorzeitig gekillt? Ariane 6 Startfenster stiegen fest, in das New Glenn Programm von Blue Origin kommt Bewegung, der Dream Chaser und Teile der neuen Mondraumstation Gateway werden getestet und das Spacelab, der Start der europäischen astronautischen Raumfahrt, wird 40. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarte, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Was hat er da dann wieder für einen reißerischen Thumbnail? Verzeiht es mir, fand ich hier sehr, sehr passend, denn das aktuell viel diskutierte Herumschwappen von Treibstoff, das zum Starship Booster Auswahl geführt haben könnte, damit war SpaceX schon auf seinem zweiten Flug im Jahr 2007, damals noch mit Falcon 1, konfrontiert. Der Flug endete vorzeitig, weil flüssiger Sauerstoff zu wild in der zweiten Stufe umhergeschwappt ist. Ganz interessant, dass man sich damals wegen des Gewichts gegen kleinere Schlagschotten entschieden hatte. Aber kommen wir zum Starship Slushing. Es wird immer noch viel darüber spekuliert, was denn jetzt eigentlich für das Ende von Booster 9 verantwortlich war. Schließlich lief bis zur heißen Stufentrennung ja alles offenbar ganz gut. Ich hatte in meiner Startanalyse schon die Theorie aufgestellt, dass eventuell das Abgas des Chips doch zu stark auf den Booster gedrückt hat und es so zu einem Treibstoffabriss in den Zuleitungen der Raptor im Booster kam. The Space Engineer hat dazu ein Fanprojekt gestartet und auf X ein Video seiner CFD geteilt. CFD, das steht für Computational Fluid Dynamics, also grob übersetzt die Berechnung von Fluiddynamik. Das deutsche Fachwort, das ist die numerische Strömungsmechanik. Vorab sei gesagt, dass zwar bunte Bilder oft sehr eindrücklich aussehen können, aber wenn man nicht weiß, was man da tut, ganz grober Unfug dabei herauskommen kann. Da sich das Verhalten der Flüssigkeiten, wie sie die Simulation von The Space Engineer zeigt, für mich plausibel anführt, zeige ich sie hier. Nur eben der Hinweis, die Simulation basiert nicht auf SpaceX-Daten, sondern aus frei verfügbaren Daten aus dem Stream und die Qualität der Simulation können wir so auch noch nicht bewerten. Normalerweise gibt man einen ganzen Bericht zu ab. Und selbst die besten Simulationen mit den größten Rechenzentren können die Realität nur annähern. Tatsächlich kann man auch heute noch nicht zum Beispiel die Strömung an einem Verkehrsflugzeug eins zu eins über das komplette Flugzeug simulieren. Wo man alle Eingangsgrößen und sehr viele Realdaten zum Vergleich kennt, ist das Verhalten so komplex, dass die Rechenzeit selbst mit den größten Rechenzentren tatsächlich mehrere Jahre dauern würde. The Space Engineer sagt jetzt für seine kleine Rechnung, dass er für seine Simulation sechs Stunden gebraucht hat, nachdem sie dann mal funktioniert hat. Aber zurück zu seiner Simulation. Ja, um zu verstehen, was da vermutlich im Booster mit den Treibstoffen so abgegangen ist, hier die Simulation mit den wirkenden Kräften. Zur Erklärung, die blauen Pfeile am unteren Boosterende, die nur zur Visualisierung des Triebwerkstatus und der ungefähren Drosselung. Was uns wirklich interessiert, sind die Pfeile, die etwas weiter oben in der Mitte des Boosters angreifen. Vermutlich im COG Center of Gravity, dem Massenschwerpunkt des leeren Boosters. Zum Thema Schwerpunkte habe ich auch ein Video, das verlinke ich euch unten. In der Beschreibung. Der gelbe Pfeil zeigt den Gesamtschub, der auf den Booster wirkt. Der rote Pfeil zeigt die Richtung des Luftwiderstands. Und der grüne Pfeil gibt die angenomme Beschleunigung auf die Treibstoffe in den Tanks an. Die Schwerkraft wurde nicht berücksichtigt, da sie im Referenzsystem Booster auf einer ballistischen Bahn, auf einem ballistischen Flug keine Rolle spielt. Die Simulation beginnt zu dem Zeitpunkt, wo die drei verbliebenen Booster-Raptoren noch feuern. Die drei blauen Pfeile an der Booster-Basis, kurz vor der Stufentrennung. Deren resultierende Schub zeigt als gelber Pfeil in Flugrichtung. Ihre Beschleunigung drückt also die Treibstoffe an die Tankunterseite, wo er ja auch hingehört. Der minimale Luftwiderstand, rot, ist der Flugrichtung entgegengerichtet. Macht ja auch irgendwo Sinn. Im Moment des Hot-Stagings, der heißen Stufentrennung, beginnen die Schip-Raptoren zu feuern und drücken mit ihrem Abgas gegen die Booster-Oberseite, woraufhin der gelbe Pfeil für den Schub auf den Booster kleiner wird. Also das ist ja der Gesamtschub. Logisch, zwar drücken die Raptoren hinten, aber das Schip-Abgas wirkt eben dem entgegen und letztlich mit sechs Schip-Raptoren gegen drei Booster-Raptoren. Daher zeigt der Gesamtschub auf den Booster auch eine Zeit lang entgegen der Flugrichtung. Hier wird es jetzt interessant für den Treibstoff. Der will sich ja weiter in Flugrichtung bewegen. Nur der Booster um ihn herum, der wird ja vom Schip-Abgas abgebremst. Da löst sich die Flüssigkeit von der Tankunterseite und bewegt sich wild im großen Freiraum. Wenn die weiteren Raptoren am Booster dann eingeschaltet werden, gibt es ein kurzes Moment des Kräftegleichgewichts, bevor der Booster-Schub überwiegt und dann den Booster auch gegen die schwerelose Flüssigkeit drückt. Und hier müssen wir uns die Dimensionen des Boosters vorstellen. Da sind ja tonnenweise Treibstoff unterwegs, die dann plötzlich wieder gegen die Tankunterseite und die Einlassöffnungen drücken. Und das mit voller Wucht und wahrscheinlich mit vielen Gasblasen. Ja, und Gas in Treibstoffeinlässen, Turbinen und Vorverbrennung, das mögen Raketentriebwerke so gar nicht. Bereits das schon ein plausibler Grund für einen Fuck-up im weiteren Flugverlauf. Allein diese Dynamik der Treibstoffe kann wahrscheinlich schon zur Beschädigung von Leitungen und Triebwerken geführt haben. Oder durch das vorherige wilde Schwappen sind Gasblasen in die Zuleitung geraten, die dann eben zum Ausfall der Raptoren geführt haben. The Space Engineer hält eine Kombination all dieser Effekte für den Grund des Booster-Ausfalls. Er schreibt, Schub der zweiten Stufe hat für negative Beschleunigungen im Booster gesorgt, woraufhin die Treibstoffe aufgewirbelt wurden. Dadurch konnte Gas dann in die Zuleitung geraten, was zum Ausfall bzw. Fehlstart von Raptoren geführt hat. Das Zurückschlagen des Treibstoffes hat dann weitere Gasblasen in die Leitungen gedrückt und so für zusätzliche Zerstörung von drei Triebwerken gesorgt. Von der Triebwerksektion könnte der Schaden sich dann im Treibstoff-Downcomer fortgesetzt und letztlich zur Zerstörung geführt haben. Und das ohne, dass das Flight Termination System eingegriffen hat. So zumindest die Theorie von The Space Engineer. Was meint ihr? Ist das plausibel? Schreibt mir und den anderen doch gern unter dem Video. Großer Shoutout an The Space Engineer für diese Arbeit und dass ich sie hier zeigen darf. Seinen Kanal, den verlinke ich hier unter dem Video. Hashtag Team Space. Das Starship soll ja mal die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen und eine Stadt auf dem Mars mit einer Million Einwohnern ermöglichen. Man soll sich ja große Ziele setzen. Passender Name für die Starbase Gateway to Mars. Das wurde von Elon Musk und SpaceX so auch schon öfter kommuniziert. Diese Woche wurde der passende Schriftzug angebracht. Eine kleine SpaceX-Neuigkeit, diesmal aus dem Dragon-Programm, habe ich noch. Ich finde ja auch kleine Details wie Firmenübernahmen spannend. Wie die Internetseite theinformation.com berichtet, hat SpaceX die Firma Pioneer Aerospace für 2,2 Millionen Dollar aus der Konkursmasse seiner Mutterunternehmens ASR gekauft. Pioneer Aerospace ist seit Jahrzehnten ein Fallschirmspezialist für Raumfahrtanwendung und hat unter anderem die Fallschirme für die Asteroidenprobenmission Osiris Rex geliefert. SpaceX bezieht laut SpaceNews.com Bremsfallschirme für seine Dragon-Raumschiffe von diesem Unternehmen. Wir erinnern uns vielleicht, sowohl SpaceX als auch Boeing sind in große Probleme gelaufen bei der Entwicklung der Fallschirmsysteme für ihre Crewvehikel. Das Commercial Crew-Programm hatte ja einiges an Verspätung. Boeing fliegt da bis heute noch keine Crew. Laut einem Bericht des Government Accountability Office ist die erste Crew-Landung im Rahmen des Artemis-Programms der NASA vor 2027 sehr unwahrscheinlich. Der am 30. November veröffentlichte Bericht kommt zu dem Schluss, dass SpaceX bei der Entwicklung des HLS und XM Space bei der Entwicklung der Raumanzüge nicht schnell genug vorankommt. Und Geschwindigkeit ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Sponsor NordVPN. Dank der leistungsfähigen NordVPN-Server kannst du ein reibungsfreies 4K-Streaming-Erlebnis auch ohne lästige Puffrungen oder Qualitätsverluste genießen. Mit NordVPN kannst du deine Daten in öffentlichen Netzwerken schützen, deine IP-Adresse verschleiern oder Kinder leicht nach Belieben in andere Regionen verschieben. Und das ohne, dass Menschen mit potenziell bösen Absichten persönliche Daten abgreifen oder dein Netzanbieter dein Surfverhalten tracken kann. Und seien wir mal ehrlich, wenn die Performance an einem VPN-Tunnel mich daran hindert, auf die gewünschten Inhalte wie gewohnt zuzugreifen, dann ist Sicherheit hin oder her im Zweifelsfall eher der VPN aus, als dass ich lange Wartezeiten in Kauf nehme. Ob du wie ich von unterwegs Livestream oder große Rohdateien in 4K verschieben musst oder sensible Daten schützen möchtest, mit NordVPN surfst du raketenschnell anonym im Internet, sodass deine Identität und dein Standort geheim bleiben und du trotzdem eine performante Verbindung genießen kannst. Ja, und das auf bis zu sechs Geräten mit einem einzigen Konto. Mit meinem Link nordvpn.com slash nordstarter erhältst du vier Monate extra auf einen Zwei-Jahres-Plan von NordVPN. Exklusiv und zeitlich begrenzt kommt bis zum 9. Januar ein Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro dazu. Link ist auch unter dem Video. Hier noch einmal zur Erinnerung. Mit meinem Link nordvpn.com slash nordstarter erhältst du vier Monate extra auf einen Zwei-Jahres-Plan von NordVPN. Exklusiv und zeitlich begrenzt kommt bis zum 9. Januar ein Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro dazu. Link ist auch unter dem Video. War wieder eine geschäftige Woche. Am Dienstag hat SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink Internet-Satelliten ins All gebracht. Bemerkenswert, es ist der vierte Falcon-Booster, der ganze 17 Flüge und 17 Landungen absolviert. Eine neue Fracht-Progress startete die russische Weltraumbehörde Roskosmos dann am Vormittag des 1. Dezember. Progress MS-25 hob um 10.25 Uhr MEZ mithilfe einer Soyuz 2.1a vom Weltraumbahnhof in Baikonur ab und machte sich auf einen zweitigen Flug zur ISS. Die Progress bringt drei Tonnen Fracht zur ISS. Die Ankunft der Progress MS-25 an der ISS wird für Sonntag, den 3. Dezember erwartet. Am Freitagabend hat SpaceX dann mit einer Falcon 9 den ersten von fünf militärischen Erdbeobachtungssatelliten für Südkorea von Vandenberg gestartet. Mein Bild der Woche zeigt nicht die Tiefen des weiten Alls, sondern unsere Erde. Klimawandel, Riesenproblem, umso wichtiger die klimaschädlichen Emissionen zu tracken. Das kann man natürlich anhand von Handelsdaten, das zeigt aber natürlich kein vollständiges Bild und ist natürlich anfällig für Manipulation. Daher unverzichtbar ein Vergleich auf globalem Maßstab der Emissionen visualisiert, um unbekannte natürliche Quellen, aber auch vertuschte Emissionen zu erfassen. Das Bild kommt von der öffentlichen Seite methanewatch.kyros.com und nutzt die frei verfügbaren ESA-Erdbeobachtungssatelliten der Sentinel-Satelliten. Typisches Beispiel für einen der vielen Nutzen von Raumfahrt auf der Erde. Könnt ihr ja beim Weihnachtsessen mal fallen lassen, wenn der Onkel wieder sagt, ach Raumfahrt, das ist doch überflüssig und wir sollten uns erstmal um die Probleme auf der Erde kümmern. Ja, diese Seite, die verlinkt ich euch wie gesagt unten in der Beschreibung. Wetter- und Klimabeobachtung aus dem All, da ist Europa noch Weltklasse. Bei den Raketen sieht Lager aktuell leider nicht ganz so gut aus. Immerhin soll der Zugang zum All im nächsten Jahr wieder hergestellt sein. Meine Befürchtung von letzter Woche, dass bei dem Hotfire-Test der Ariane 6 Zentralstufe vielleicht etwas kaputt gegangen ist, ja, zum Glück unnötig. Die Ursache für das vorzeitige Abschalten des Wilken 2.1-Triebwerks am 23. November nach nur 426 Sekunden statt der geplanten 470 Sekunden lag an einem fehlerhaften Sensor und an zu konservativen Grenzwerten. Um die Startrampe zu schützen, hat die Triebwerksteuerung das Triebwerk abgeschaltet. Laut ESA wäre das Problem bei einem tatsächlichen Start so nicht aufgetreten. Damit hat die Ariane 6 einen großen Schritt auf einen möglichen Start im Jahr 2024 gemacht. Laut ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher soll die Ariane 6 nun zwischen dem 15. Juni und dem 31. Juli 2024 zum ersten Mal starten. In der Pressekonferenz gab es von Josef Aschbacher auch für mich überraschende Töne über den Zustand des Ariane 6-Programms noch 2021 und den Hinweis, dass man besser hätte kommunizieren können. Verlinke ich euch unter dem Video. Fand ich ganz interessant, wie gesagt. Hier eine nicht ganz ernst gemeinte Meinung von mir eingestreut. Als wenn ich Josef Aschbacher gewesen wäre, hätte ich ja bei meinem Amtsantritt gnadenlos alle Defizite offengelegt und meinem Vorgänger in die Schuhe geschoben und mich dann als Reformer inszeniert. Stichwort Big Bath. Aber vielleicht ist es bei der politischen Struktur der ESA auch nicht so ganz einfach. Ich habe es, glaube ich, hier schon ein paar Mal auf dem Kanal gesagt. Bei aller berechtigter Kritik an der Geschwindigkeit und den politischen Entscheidungen bei der ESA macht Josef Aschbacher, wie ich finde, als Generaldirektor einen sehr, sehr, sehr guten Job. Interessantes Raketendetail übrigens, das ich als Überleitung zum nächsten Thema nutze. Die Verträge für die neuen französischen Atomraketen vom Typen M5 1.3 wurden im selben Jahr wie die Ariane 6, nämlich 2014, unterzeichnet. Diese neue U-Boot-gestützte Interkontinentalrakete hatte laut dem Generalauftragnehmer Ariane Group jetzt am 18. November einen weiteren erfolgreichen Testflug und soll 2025 in Dienst gestellt werden. Neben Beschleunigungssensoren nutzt die Flugsteuerung natürlich auch das europäische Galileo-Navigationssystem, so als kleines Beispiel für die Verflechtung von Raumfahrt und Verteidigung in Europa. Navigation ist nach der Erdbeobachtung übrigens der größte Posten im ESA-Budget. Das bringt uns zu Japan. Die leisten sich im Gegensatz zu Europa kein eigenes globales Satellit-Navigationssystem, sondern nur ein lokales für Japan und Umgebung. Liegt bestimmt nicht zuletzt an der pazifistischen Verfassung von Japan, die nur Waffen zur Selbstverteidigung zulässt. Diese Woche war der Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Walter Pelzer, im Auftrag der Bundesregierung in Tokio, um mit japanischen Partnern Gespräche über die deutsch-japanischen Partnerschaften im All zu führen. Das muss man sicherlich begrüßen. Japan als einzelnes Land meiner Meinung nach extrem stark in der Raumfahrt und seine Explorationsprogramme alle immer einen Tick mutiger und eigenständiger als in Europa. Daher meiner Meinung nach bestimmt eine gute Idee, dass der Tiefen der Zusammenarbeit mit Japan, zumal man dort, was die Kommerzialisierung und Wettbewerbsfähigkeit angeht, ziemlich genau vor den gleichen Herausforderungen im All steht wie Europa. Eine Kooperation mit Japan, die hoffentlich nächstes Jahr fliegt, MMX, das steht für die von der JAXA geführte Martian Moons Exploration Mission. Sie könnte als erste Mission überhaupt Proben aus dem Mars-System vom Mars-Mond Phobos zur Erde bringen. An Bord der JAXA-Sonder aber auch der 25 Kilogramm schwere Rover Idafix, der vom DLR und der Kness entwickelt wird. Ein Modell davon hatte die Deutsche Raumfahrtagentur auch auf dem Space Crater der Inspire mit dabei. Die Mission finde ich auch deshalb so wichtig, weil die Probenrückführung der NASA, an der sich die ESA ja beteiligen wollte, aktuell wegen Budgetkonflikte auf amerikanischer Seite gefährdet ist. Thema Mars, obwohl beim Storytelling ja total von SpaceX vereinnahmt, könnte Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hier tatsächlich schneller sein für das Transferfenster zum Mars im August 2024, hat Blue nämlich die NASA-Mission Escapade in den Büchern. Und tatsächlich tut sich auch beim Thema New Glenn Hardware aktuell einiges. Wer weiß, vielleicht ist ja ein Start der 98 Meter hohen wiederverwendbaren Schwerlastrakete nächstes Jahr drinne. Mit der Hilfe von Blue Origin Technik soll ja auch der Dream Chaser fliegen, gebucht auf den zweiten Flug der ULA Vulcan Rakete. Und die hat ja wie die New Glenn BE-Vortriebwerke von Blue Origin in der ersten Stufe. Der Dream Chaser ist ja das nächste US-amerikanische Raumschiff für die Versorgung der ISS und der kommenden kommerziellen Stationen. Das Cargo-Modul ist kürzlich in der Neil Armstrong Test Facility der NASA in Ohio eingetroffen. Hier warten umfassende Tests auf das Modul, um es für seine erste Mission zur Versorgung der ISS vorzubereiten. Mich erinnert der Dream Chaser ja immer an den leider nie verwirklichten Hermes-Raumgleiter der ESA. Unter anderem deswegen, weil der Dream Chaser ebenfalls hinten den Docking-Adapter und dieses Orbital- bzw. Frachtmodul hat. Das europäische Columbus-Modul an der ISS ist übrigens mal aus dem Orbital-Modul des Hermes-Programms entstanden. Und das bringt uns zu den ISS-News. Am Mittwochmorgen, den 29. November um 8.55 Uhr, MEZ dockte Progress MS-23 vom russischen Modul Poisk ab. Kurze Zeit nach dem Abdocken zündeten die Triebwerke der Progress MS-23 ein letztes Mal und brachten die Katzel auf eine Flugbahn, die es abschließend dann über dem Südpazifik verglühen ließen. Mit an Bord war dabei auch Müll, den die ISS-Besatzung nicht mehr benötigte. Von der ISS, Columbus-Modul, Hermes-Orbital-Modul, da kommen wir sehr gut zum nächsten Thema. Vor 40 Jahren begann nämlich die Ära der astronautischen Raumfahrt in Westeuropa. Am 28. November 1983 startete mit dem US-Space Shuttle Columbia und STS-9 der erste ESA-Astronaut, der deutsche Ulf Merwold. Damit war er auch der erste Nicht-NASA-Astronaut, der mit einem US-Raumfahrzeug ins All geflogen ist. Möglich machte diesen Mitflug die Nutzlast dieser Mission, denn erstmalig flog auf dieser Shuttle-Mission das in Bremen gebaute und von der ESA finanzierte Spacelab mit. Spacelab, das war ein Forschungslabor, das in der Nutzlastbucht des Space Shuttles installiert werden konnte. Im Spacelab konnten dann während der 10 Tage dauernden Missionen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Racks Forschung von Astronauten betrieben werden. Spacelab diente damals als Prototyp für die heutigen ISS-Module. So werden zumindest bei westlichen Modulen der ISS auch noch heute standardisierte Wissenschafts-Racks verbaut. Und diese Idee, die hatten ursprünglich Ingenieure aus Bremen für Spacelab. Die gute Zusammenarbeit zwischen ESA und NASA bei der ISS hat dann letztlich dazu geführt, dass man die Mondraumstation Gateway zusammen betreiben wird. Die ersten beiden Module Habitation and Logistics Outpost, kurz Halo, und das Power and Propulsion Element, kurz PPE, sollen Ende 2025 auf einer Falcon Heavy gestartet werden und dann ein Jahr später den Mondorbit erreichen. Diese Module, die werden jedoch größtenteils von der NASA finanziert und in den USA gebaut. Das Halo Lunar Communication System, kurz HLCS, wird aber zum Beispiel von der ESA finanziert und bei Thales Alenia Space in Cannes in Frankreich gebaut. Dieses HLCS wird es später einmal ermöglichen, dass das Lunar Gateway mit Astronauten, Rovern und Basen auf dem lunaren Südpol kommunizieren kann. Genau dieses Bauteil hat jetzt einen wichtigen Vibrationstest bestanden. Dabei wurde ein mit dem späteren Flugmodell baugleiches Modul auf einen Rütteltisch gelegt. Solche Shaker-Tests müssen in der Regel alle Satelliten und Raumschiffe vor einem Start überstehen, um zu beweisen, dass sie die starken Vibrationen eines Starts überleben. Hier noch die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte SpaceX eine weitere Ladung Starling International Satelliten von Cape Canaveral gestartet haben. Am Montagfrühermorgenstart voraussichtlich ein langer Marsch 2C mit unbekannter Nutzlast von Jingquan. Am Dienstag, 5. Dezember, legt das chinesische Raketenstartup Galactic Energy mit einer Ceres 1 von Jingquan nach und am Dienstag eventuell dann später auch ein Sea-Launch der Smart Dragon 3. Mittwoch, 6. Dezember, ein weiterer Starling Start von Cape Canaveral. Am Donnerstag, 7. Dezember, will Landspace eine Suke 2 auf ihren dritten Flug schicken. Ist ja aktuell die einzige einsatzbereite Metherlox-Orbitalrakete. Und der Wochenabschluss von Vandenberg am Freitag, ein weiterer Starling Start. Ein Schmankerl eventuell am Sonntagmorgen, 10. Dezember, ein Falcon Heavy Start mit dem geheimen Weltraumgleiter X-37B für die US Space Force. Hier noch einmal die Erinnerung mit meinem Link nordvpn.com slash nordstarter erhaltet ihr 4 Monate extra auf eine 2-Jahres-Mitgliedschaft von NordVPN. Exklusiv und zeitlich begrenzt bekommt ihr bis zum 9. Januar einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro dazu. Link ist auch unter dem Video. Ich hoffe, dir haben die News wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen, die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön drecklich bleiben, dein Wow.